Wieder einmal nicht zu bremsen. Wieder einmal voll in seinem Element. Thorsten Legert nimmt seinen Job beim Landesligisten FC Remscheid weiterhin genauso ernst, als würde er einen Bundesligisten trainieren. Am vergangenen Donnerstag gab es zwar die erste Pleite, aber da spornt ihn nur noch mehr an. Der FC Remscheid wird noch besser, das spüre ich. Wer mich kennt, ich gebe ja nicht auf. Ich habe einen guten Mann an meiner Seite und wir werden alles dran setzen, um die Klasse zu erhalten. Instinktiv werde ich immer Entscheidungen treffen, die aus dem Bauch kommen. Das ist meine Philosophie. Da kann zwar keiner was mit anfangen, aber ich weiß, was ich damit meine. Außerdem bin ich so, wie ich bin und mich kann keiner mehr verbiegen. Das ist eben halt so. Und wenn einer mit einem Problem hat, Pech für den. Ich lebe für den Verein und für die Mannschaft. Für mich ist eines wichtig, dass ich Thorsten Legert bin und meine eigene Philosophie habe. Ich habe ein gutes Gemisch und da müssen wir es auch daher belangweilen. Thorsten Legert gibt weiterhin Gas. Einer, der für den Fußball eben lebt.